Sprechen wir über was anderes. So, das war Palegina. Hat uns ja schon mal die erste Folge gekostet. Dann reden wir mit der trauernden Mutter. Wächterin, dein Verstand ist voller Fragen. Ich hätte noch Fragen an dich. Lass deinen Verstand für dich sprechen. Ich werde mehr als nur die Worte hören. Als wir uns trafen, sprachst du mich als Wächterin an. Weißt du, was ein Wächter ist? Es wird kühler und dein Augenblick lang scheint es, als würde sie aus deiner Sicht schwinden. Als könnte sie es nicht ertragen, gesehen zu werden. Der Titel kam ungebeten. Ich weiß nicht, warum ich davon sprach, doch es schien der richtige Mantel. Vertraut. Und ähnlich weiß ich nicht, woher es kam, ob ich jemand beleidigt habe. Seltsamerweise fühlte es sich nicht so an, als ob sie mit dir sprechen würde, sondern als würde sie zu einem Publikum sprechen. Die Luft nimmt eine eigenartige Schärfe an und kühlt sich rasch ab und löst sich dann in dumpfer Angst auf. Verzeih mir, ich wollte dich nicht beleidigen. Verzeih mir. Du wirst wahrscheinlich mehr wissen als ich. Warum hast du Angst? Ich weiß es nicht. Es ist ein altes Gefühl und ich weiß nicht, woher es kommt. Es war ein Wort, das aufkam, als du mich sahst. Man sagt, Wächter würden viel sehen, was von anderen verschlossen bleibt. Und ich bin für die Augen anderer schon geraume Zeit unsichtbar. Ich möchte dich was anderes fragen. Wenn ich Antworten finden sollte, werde ich sie teilen. Ja, nehmen wir das nochmal. Bist du früher schon auf Wächter getroffen? Ich weiß nicht. Das ist ein altes Gefühl. Ich weiß nicht, woher es kommt. Es war ein Wort, das aufkam, als du mich sahst. Ja, das ist derselbe Text. Da möchte ich dich was anderes fragen. Woran liegt es, dass hier niemand dich sehen kann? Ihre Augen sehen mich, aber ihre Gedanken werden nicht über die Begegnung über die Begegnung erinnern. Ihre Augen sehen mich, aber ihr verstanden, erinnert sich nicht weiter als die Fruchtblase. Eine Fruchtblase. Mein Gesicht ist wie die Fruchtblase eines Neugeborenen, die das Gesicht unter sich verbirgt und was mein Körper angeht. Ich kann mich so verhüllen, wie eine Mutter ihr Kind wiegt. Ich bin hier so, wie du mich siehst, aber ihre Augen können nur meine Verkleidung sehen. Eine Bauernmutter, schmutzig, schämlich, unbedeutend. Als Wächter siehst du mehr als andere. Für die Augen der meisten bleibe ich verborgen, wie die Seele, mit denen du Erinnerungen teilst. Wie kannst du den Verstand anderer beinflussten? Ich leite den Fluss ihrer Stimme einen anderen Pfad entlang, an einen Ort, den man schnell vergisst. Das ist nicht unerwünscht, je mehr jemand die Gegenwart anderer nicht wünscht. Die Oberfläche ihres Verstands erkennt eine Gestalt, aber die Erinnerung vergeht. Sie sehen eine Frau, aber es gibt keinen Wunsch nach einem Gespräch, keinen Wunsch nach irgendwelchen Fragen und ich habe keine Fragen. Ich möchte etwas anderes diskutieren. Lass deinen Verstand für dich sprechen. Wie ist es möglich, dass ich in deinen Traum eindringen konnte, als wir uns das erste Mal trafen? Ich weiß es nicht. Was, was du sprichst? Nicht spüren und ich weiß auch nicht, was du dort gesehen hast. Als ich sprichst, spürst du in deinem Verstand plötzlich etwas Komisches, als ob sich in Gedanken zu bewegen, so wäre wie eine schmale Gasse mit Verkaufsständen entlang zu gehen. Wobei das von Holzrägern und Leinwänden erzeugte klaustrophobische Gefühl durch die schiere Anzahl verlockender Ampullen und Fläschchen, die sich zu beiden Seiten der Strecken, weniger beklemmend wird. Dir wird plötzlich gewahr, dass du auch ohne ihre Erlaubnis ihren Traum eindringen und ihn ohne ihr Wissen beobachten könntest. Und als Reaktion darauf zuckt deine Hand, du hast das Gefühl, dass du jede Ampulle einfach aufheben und probieren kosten und die Erinnerung für dich behalten könntest. Und plötzlich findest du dich in ihren, deinen gegenwärtigen Gedanken wieder, obwohl du für einen Moment weiter von entfernt warst. Sie scheinen sich... deiner... Sie scheinen sich deiner zerstreuten Gedanken nicht bewusst zu sein. Es könnte eine deiner Gaben sein, eine Fähigkeit... sich in Erinnerung zu bewegen, wie andere auf den Boden gehen. Vielleicht würdest du gerne erfahren, was ich in deinen Erinnerungen gesehen habe. Eine Mischung aus Neugier und Furcht steigt in dir auf. Sie hebt die linke Hand. Das Klingeln an ihrem Handgelenk erstickt das Gefühl, dass sie in ihr aufsteigt. Sie hat Angst, aber Neugier wirkt wie ein Anker. Und was hast du in meinen Erinnerungen gesehen? Ich würde... Und was hast du in meinen Erinnerungen gesehen? Ich will, dass du von ihnen sprichst. Der Traum, die Erinnerung, die ich bei unserem Treffen sah, das warst du, als du bei der Geburt deines Kindes halfst. Als erstille und als deine Atmung ruhiger wird, hörst du in der Ferne das schwache Weinen eines Kindes, eines Neugeborenen, das sich genauso anhört wie im Traum. Während du zuhörst, hebt die trauernde Mutter beide Hände, als würde sie flechten und ihre Handgelenke läuten dazu, was dem sanften Drehen ähnelt, mit dem sie den Kopf des Neugeborenen heraushalft. Und zu deiner Überraschung erkennst du die Bewegung und Worte aus der Erinnerung, obwohl sie neu für dich sind. Als sie mit ihren Händen vor sich in der Luft flechtet, lässt sie das Weinen des Kindes nach. Und dennoch wirkt das Glockenläuten in deinen Gedanken fast hypnotisch. Der Himmel scheint klar und deutlich zu sein und du fühlst dich, als würdest du über deiner Umgebung stehen, so als ob du auf einer großen Säule knien würdest, genau wie sie in der Erinnerung. Zu deiner Überraschung fällt die trauernde Mutter wie eine Marionette, deren Schnüre durchgeschnitten wurden, schwer auf die Knie. Trotzdem hören ihre Hände nicht auf, sich in der Luft zu bewegen und das Glockenläuten bildet das Echo ihrer Bewegung. Du hörst sie mit krechzender Stimme sprechen, mit der Stimme einer sehr viel älteren Frau, rau, fast verzweifelt. Show me what you saw. Where were you? Sag mir, was du gesehen hast. Zeig mir, was du gesehen hast. Ihre Augen nun grauhaft scharf und real sind weiß überzogen, siebrich weiß wie Adra. Wo warst du? Auf einem Felsvorsprung vielleicht. Ich war hoch oben. War das Schnee? Sie lehnt sich zurück, als ob sie gegen den Himmel schauen würde, aber ihre Augen sind geschlossen und ein Tränenfilm bildet sich auf ihn. Während sie langsam einwarten, spürst du die Zeit, um dich herum ruhig zu werden. Ich spüre die Erinnerung nicht. Ich weiß nicht, ob sie mir gehört, aber ihre Haare fallen wie ein Schleier vor das Gesicht und sie nickt. Aber nicht mit ihrem Kinn, sondern mit ihrem Verstand. Trotzdem danke, dass du es versucht hast. Ich möchte noch mal über die Geburtserinnerung sprechen und dabei helfen, sie zu erinnern. Wein eines Kindes. Drehen edelt im Kopf. Bla, bla, bla. Ob du auf einer großen Säule knien wirst, genauso wie in der Erinnerung. Marionette. Echo. Ein riesiger Wald, der sich unter einem riesigen Fels erstreckte. Als sie sich auf den Boden kniet, flüstert sie dir zu heiser und noch leiser wegen der Distanz zerschnäuch. Der Stein des Plateaus. Es ist Color. Tell me its Color. Der Stein des Plateaus. Welche Farbe? Sag mir, welche Farbe hat er? Es war in ein, es war ein, in ein Ton geschnittenes Granitplateau. Ich glaube, das war es. Sie lehnt sich zurück, als ob sie in den Himmel schauen würde. Nee, das war es nicht. Dann fangen wir noch mal an. Tell me what you saw. Show me what you saw. Where were you? Ja, der Wald war richtig. Stone of the Plateau. It's Color. Tell me its Color. Das war dann wahrscheinlich das Adra. Während du zusiehst, erheben sich ihre Hände vor ihr. Sie liegt sie zusammen, bildet dann einen Kelch daraus. Als würde sie zum ersten Mal spüren und sie starrt hinunter in die Wiege ihrer Hände. Und die Glocken klingen einmal, zweimal, als sie vor der Bewegung schaukeln. Und was did these hands hold? Die selben Glocken, die du trägst. Sie hielten eine Mutter bei einer schmerzhaften Geburt. Ich bin mir nicht sicher, da war ein Kind, das du auf die Welt brachtest und deine Hände. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube die Mutter. Nein. Ja, dann nochmal von vorne. Das kennen wir alles. Den Fels. Das Adra. Und was did these hands hold? Äh, das Kind? Sie zieht plötzlich die Luft ein und atmet dann erleichtert aus. Sie kneift ihre Augen zusammen, dass sie Schlitze bilden, aber in dem kurzen Augenblick, für den du ihren veränderten Gesicht aussehen kannst, scheint der wallende Schmerz in ihrem Gesicht nachgelassen zu haben. Sie schluckt einmal zweimal und du spürst sie abermals in deinen Gedanken. Die kratzende Hülse ihrer Stimme hat sie verschluckt und sie sich zurückgezogen. Es war die Berthing-Belle, die du sahst. Hat es so lange gewesen? Habe ich so viel vergessen? Du hast die Geburtsglocke gesehen. Sie klingt überrascht. Da wirbelt sie mit ihren Worten Angst im Po. Ist es schon so lange her? Habe ich so viel vergessen? Zusammen mit den Worten kommt ein Strom an den Puls in Gedanken, als ob ein Bann gebrochen wäre und als dein Verstand die Impulse zur Worte formt, erkennst du, dass es sich um die Muskeln und ihre erhärteten Gedanken handelt, die sich entspannen und wieder atmen. Und zwar mit solcher Intensität, dass du vor dem Stoß fast einen Schritt zurückgeweichen möchtest. Aber du siehst, dass die Impulswelle Fragen an die Oberfläche treiben lässt. Unter ihnen ist auch ein Name, Wächter. Das ist die Geburtsglocke. Es ist ein Plateau, formt aus dem Spiritstone Adra. Auf der Topie ist eine große Böcke, in dem rechten Arm des Plateaus. Es stirbt in den Wind und es klingt für Leagues, wenn sie von Kith-Händen getrunken. Es ist ein Plateau aus Adra dem Seelenstein. Auf seinem höchsten Punkt befindet sich eine große Glocke, die sich in den ausgestreckten Arm des Plateaus schmiegt. Sie schaukelt im Wind und wenn die Hände von gestandenen sie läuten, so tut sie dies für Stunden. In distant times the great bell served as a Glanfothan watchtower, perhaps. Why they abandoned it, I do not know. Other men came in time, settlers, and claimed the tower as their own. I, in turn, claimed it from them. The pillar became a cradle, where I could draw new souls into the world. Vor langer Zeit diente die große Glocke den Glanfothanern wohl als Wachtturm. Warum sie ihn zurückgelassen haben, weiß ich nicht. Im Laufe der Zeit kamen andere Leute, Siedler und beanspruchten den Turm für sich. Ich würde darum beanspruchte ihn von ihnen. Die Säule wurde zur Wiege, in der ich neue Seelen in die Welt ziehen konnte. In deiner Erinnerung halfst du da einer Frau bei der Geburt. Yet, I believe you only saw a small part of the birthing ritual. It is not all in a moment, nor in a day. It is a journey of many years between the child, the mother and I. Ja, und trotzdem glaube ich, dass du nur einen kleinen Teil des Geburtsrituals gesehen hast. Denn es geschieht nicht alles in einem Moment oder an einem Tag. Es ist eine Reise vieler Jahre zwischen dem Kind, der Mutter und mir. Egal wie viel, womit ich die Mutter unterstützen konnte, einige suchten das rituelle Wohlbefinden, um ihre Gedanken zu stabilisieren. Selbst Adra aus der Glocke. Manche dagegen holten sich Rat, Worte des Beistands für die bevorstehenden Tage. Ich konnte zur Stärkung der Mutter Tränke, Tinkturen und das Lesen der Kinderseele anbieten. Das Lesen der Kinderseele. Viele kamen, um sich die Zukunft ihres Kindes vorhersagen oder die Vergangenheit des Kindes lesen zu lassen. Also die Leben, die es seine Seelen schon gelebt haben soll. Es wird langsam kühler und ein Augenblick lang scheint es, als würdest sie aus deiner Sicht verschwinden. Es könnte sich nichts ertragen, gesehen zu werden und dann bandet kurz Angst und Schrecken auf. Solche Dinge sind nicht für meine Augen bestimmt. Ich wollte dich nicht beleidigen. Seltsamerweise fühlt es sich nicht so an, als ob sie mit dir sprechen würde, sondern als würde sie zu einem Publikum sprechen. Du hast Angst, irgendwas überwächter. Als der Gedanke an Wächter deinen Verstand durchfährst, spürst du einen scharfen, stechenden Schmerz, denn das plötzliche Brennen vom Peitschnieben über Rücken und Schultern. Und schon ist er wieder weg und du spürst die trauernde Mutter vor dir, still, fast ängstlich, misstrauisch. Es war etwas anderes, es war etwas anderes, denn der Titel Wächterin wurde mir auferlegt. Das Wort trug ein Gewicht, das ich weder erworben noch verdient hatte. Die Welt scheint mit solchen Titeln erfüllt zu sein. Ich finde, dass sie von den Taten einer Person abdenken, von ihrer Stärke. Warum dachtest du, dass du ein Wächter bist? Die Welt hat viele Ecken und in manchen Ecken ist der Name Wächter mehr bekannt. Es ist ein einfacher Titel als andere und manchmal auch einfacher zu bekleiden. Etwas Ungekanntes mit einem Titel zu belegen, kann die Angst davor vertreiben und ich kämpfe dagegen an. Ich glaubte sogar daran, dass es wahr ist, obwohl ich nur wenig über die Wege der Wächter wusste. Es gab mir sogar Stärke. Ich konnte die Gedanken anderer Seen sie formen und beim Führen von Seen helfen. Wächterin schien mir genug zu sein und der Name schien angesichts der eigenen Taten nur wenig auszumachen. Wächterin schien